Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Haushalt für das Ministerium Justiz und Verbraucherschutz ist ein kleiner Haushalt, ja sogar der kleinste der Ministerien. Die Größe des Haushaltes sagt allerdings nichts aus über seine Wirkungsmöglichkeiten. Frau Ministerin Barley, Sie starten in ein Jahr, das einen Doppelhaushalt und somit erhebliche Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt. Hierfür wünsche ich Ihnen eine gute Hand und das nötige Quäntchen Glück. Die bekanntermaßen großen Unterschiede in den politischen Grundpositionen werden uns nicht davon abhalten, ein faires Miteinander zu suchen. Die wichtige Baustelle, eine wichtige Baustelle für uns ist das Netz DG, Baustelle mehr im negativen Sinn. Das heißt, wir sind für einen Abriss, für einen Totalabriss. Warum? Ihr Vorgänger Heiko Maas ist mit seinem Gesetz weit über jedes vertretbare Ziel hinausgeschossen. Eines der höchsten Güter unserer freiheitlichen Demokratie ist das Recht auf Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Grundgesetz. Dort heißt es, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu informieren. Eine Zensur findet nicht statt. Der Widerstand gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz speist sich aus vielen Quellen. Im aktuellen Bericht zur Medienfreiheit des EU-Parlaments werden die Mitgliedstaaten des EU-Parlaments ausdrücklich von der Kommission aufgefordert und davor gewarnt, die Freiheit im Internet einzuschränken. Das EU-Parlament mahnt an, dass jede Maßnahme zur Beschränkung von Inhalten im Internet nur unter klaren Bedingungen, unter strikten juristischen Kontrollen erfolgen darf. Das aber ist beim Zensurgesetz des Herrn Maas nicht der Fall. Das NetzDG privatisiert, es verlagert staatliche Autorität. Private Unternehmen werden zu Anklägern, Richtern und Vollstreckern gemacht. Kurzer Prozess. Das akzeptieren wir nicht. Besonders bedauerlich bei Internetnutzung, die zu Unrecht gelöscht wurde, wird kein ausreichender Schutz gewährt. Sehr vielsagend auch, dass die Reporter ohne Grenzen die Nähe zu chinesischen und iranischen Regelungen aufgedeckt haben. Auch der Deutschlanddirektor von Human Rights Watch äußert weitgehend dieselben Bedenken wie die AfD. Der Staat darf seine hoheitlichen Kontrollrechte und Pflichten nicht aus der Hand geben. Mündige Bürger wollen nicht erzogen und nicht gegängelt werden. Und wenn schon abgeräumt wird, das Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG, ebenfalls weg damit. Wie schon in der Vorbesprechung im Ministerium verdeutlicht, werden wir besonders auf einen Punkt ein wachsames Auge richten. Die Frage nämlich, ob bei der Gewährung von Härtefallleistungen für die Opfer extremistischer Übergriffe alle Opfer tatsächlich in gleicher Weise und gerecht bedacht werden. Übrigens werden wir alle uns der grundsätzlichen Frage stellen müssen, wie wir uns zu den Konflikten zwischen unseren freiheitlich-rechtlichen Regelungen einerseits und andererseits den damit widerstreitstehenden Regelungen des Korans und der Scharia verhalten. Ich nenne als Stichworte das hierher importierte Demokratiedefizit der islamisch geprägten Länder, die Gewaltbereitschaft besonders jüngerer Muslime und den muslimischen Ruf nach Sonderrechten, die von keiner anderen Zuwanderergruppe erhoben werden. Ich erinnere an den Appell von 300 französischen Politikern, Prominenten und Intellektuellen, darunter Nicolas Sarkozy und Manuel Walz. Sie beklagen, Juden würden in Einwanderervierteln Opfer einer schleichenden ethnischen Säuberung. Ich zitiere. Sie liefen aufgrund der Polizeistatistik 25-mal mehr Gefahr, als muslimische Bürger angegriffen zu werden. Weiter heißt es dort, der Koran, der, ich zitiere wieder, zum Mord und zur Bestrafung der Juden, Christen und Ungläubigen anhalte, Zitat, müsse reformiert werden. Nur gibt es im Islam eine Institution mit einer solchen Kompetenz, so eine Art Super-EKD-Synode. Das Islamthema ist zu ernst. Das Gewaltpotenzial mit muslimischem Hintergrund ist zu dramatisch, als dass man die Debatte mit Schlagworten wie Islamophobie oder Islamfeindlichkeit abtun könnte. Ich mahne für die AfD eine ehrliche, tiefgründige und vorurteilsfreie Auseinandersetzung an. Gesetzliche Regelungen müssen folgen. Wir stehen erst am Anfang. Danke. Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Stefan Habert, CDU-CSU.